Bern ist die Hauptstadt der Schweiz, Bern ist ein bisschen weit das Herz der Schweiz. Bern ist die Brücke zwischen Deutschschweiz und Romantin. Bern freut sich, zusammen mit den neun anderen grössten Schweizer Städten eine Städteexpo 2026 durchzuführen. Wir laden das ganze Land ein, in unsere Städte kommen und erleben die Schweiz vom 21. Jahrhundert.